hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die nach dem ticket und heute habe ich das spiel acht nights richtig ausgesprochen oder ich hoffe es jetzt ich habe das spiel schon heruntergeladen und weil ich habe das gestern auch schon wieder gespielt bei den zwei stunden tickets das musik ist da dann wollen wir mal schauen was da heute so geht doch und vier stunden endete der tag von gestern was dann ist das zwölf uhr hier naja dann fangen wir mal an das da ist eine zwei drauf die wer ist drinne die haben wir schon die die und aufmachen wer ist drinne cross haben wir auch schon schade hat nichts gebracht neun stunden weil dann werden sie ja besser weil wenn ich hier bis sieben stunden kann man noch zwei sterne kriegen und 89 wird sein besser genau ich glaube ich gehe mal nur auf starter hier gibt es kein starter schade gehe ich hier auf defense dann möchte ich mal meine leute alle verbessern warte da ist eine mission fertig eine daily öffne eine kiste oder ein rucksack wie auch immer da auf die haben wir das war cross die sogar zweimal gehabt mega ich glaube geht nur noch ein level hoch glaube ich die haben wir heute gezogen aus der tasche ach die haben wir auch zweimal ja habe ich letztes mal auch nicht aufgelevelt das war's das ist ja mal richtig mega heute ja kreditshop was kriege ich hier geschenkt bekomme ich überhaupt was geschenkt ganz oben rechts in der ecke versteckt ist das gemein mission oh da sind zwei untätig in der basis da fool der achso genau erst mal Doktor das das ist da ist keiner drin da kommt rein der ist sehr glücklich he 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 da da fehlen noch zwei welche zwei sind noch nicht ganz so glücklich Mist gibt's keinen über die beiden hier kann ich was bauen warte mal erstmal das abholen ich he an er ist alles wo ich lees es war Ich habe schon Fall Ich habe schon Fall Wollen hier nicht die Kartons hergestellt? Ich habe schon mal die Kartons hergestellt. Irgendwie verstehe ich das noch nicht so richtig hier. Hier wird produziert? Ach, die Energie. Wie kann ich die Karte nicht abgehen? Ich muss das also keine Karte und da zu etwas, was ich da. Ich habe keine Karte, dass ich die Karte nicht so richtig verletzen bin. Ich bin der Karte nicht so richtig. Ich bin der Karte nicht so richtig, ich kann das nicht so richtig zählen. Ich bin der Karte nicht so richtig, ich bin der Karte nicht so richtig. Ich habe eine Waffe mit einem Schwerpunkt gemacht. Ich denke, es ist gut, aber ich glaube, es ist ein bisschen schmerz. Jetzt habe ich noch eine sechste. Ach, geht doch viel besser so. Warum nicht gleich so? Oh. Okay, ich kann die alle weg machen. Ist aber auch nicht gut. Und ich kann die nicht mehr zurück machen. Schweine rein. No Power. Dann muss der ein Upgrade haben. Dafür muss der besser werden. Und der ist dieser Workshop. Ja, 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 ja. Ich weiß. Okay, ja. Was kommt denn da noch alles? Okay. Da. Oh. Und die habe ich jetzt nicht mehr. Schade, schade. Da muss ich mal gucken, was ich alles aufwerten kann. Nein. Ja, ich kann den wieder machen. Das will ich nicht. Das kann ich machen. Ah, keine Power war das ja. Stimmt ja. Geht nicht. Geht nicht. Ich brauche die Kisten gar nicht mehr. Da war. So, I missed. Na ja, dann sind wir ja hier fertig. Zwei Missionen fertig. Gehen wir mal zum Brief hinschauen, was da ist. Okay. Weiß nicht, ich weiß. So, ich glaube nicht. Greut, du jetzt. Gibt's nichts. Oh, von gestern noch. Schön. Das ist schon wieder so einer. Das war weil da eine Feuer war, ne? Ja. Na ja, dann werden wir mal einen Kampf machen. Bidu-Soda 1 war fertig. Jetzt sind wir in Part 2. Auch schon fertig. Ich brauche Unterstützung von... Hm, dann will ich. Okay, dann fangen wir mal an. Die von hier und da rein. Okay, dann fangen wir mal an. Okay, dann fangen wir mal an. Wir sehen uns. 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 Oh Sunny, einer down. Oh Sunny, I don't know. Oh Oh Hm, die meinen so wenig Schaden hier Nein Boah, einfach geschafft Es gibt irgendwie ja Skips the story Die nächste Runde Auweia Wo kommen die her Oh 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 Das war's für heute. 3 Sterne Ah, jetzt habe ich gar keine Hilfe geholt. Schade. Starling, skip it. Skip it. Ok, die gehen zur Starling. Dann machen wir den doch dahin. Oder nee, warte mal. Machen wir den dahin. 30. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin noch nicht. was ist das hier? geht da rein und da raus? ah ne da rein da raus und die stufe geht da oben rein, was? die geht da unten rein die geht da unten rein 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 ich war so schlecht ich hab verloren ich muss meine Leute besser ausbilden ausbilden, ausbilden, ausbilden ah ne das war nur das Quats 20 ich hab dir erstmal auf 15 gemacht, ne? jawohl dann bilden wir mal die Leute aus auf level 15 auf level wie ging das nochmal level 13 14 15 ok jetzt kommt der hier 15 wow genau jetzt kommt der hier level die w w ja r r r r r r r Klickse! Okay, die großen sind jetzt leer, jetzt habe ich noch die kleinen hier. 4-4, okay. Ich mag die Sprache, hört sie witzig an. Ach. 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 Das war auch eine legendäre, die machen wir auch mal hoch. Doktor und die ist eine legendäre, ich habe keine mehr, wow. So, ein Ranking gelistet. Der ist mein bester, dann die drei und die sind schlecht. Die Maschinen sind die schlechtesten, die haben hier auch keinen Spell, keinen Zauber. Ja, also mein Squad neu machen. Den habe ich ja auch nicht gemacht, oder? Schauen wir mal. Der muss rein, der muss rein, der muss rein und sie muss rein. Die ist mit die stärkste von Level her, aber hat nur vier Sterne. Er hatte nur drei Sterne, vier, drei Sterne. Aber ich brauche auch Starter. Also sprich Leute, die ganz wenig kosten, damit ich gleich anfangen kann. Dann nehme ich den da mit. Und als Starter einen Heiler. Das ist ein Heiler. Die zwei Starter. Gut, dann. Dann haben wir noch als Heiler, die hat vier Sterne. Dann nehmen wir die, auch wenn sie Level 10 ist. Jetzt habe ich zwei Tanks, zwei Heiler. Ein Damage Dealer. Ein Damage Dealer. Habe ich einen nur, ne? Jawohl. Zwei Bogenschützen. Und noch ein Damage Dealer. Diese Frau, diese Frau, ist ein Kerl. Zwei Heiler davon, zwei davon zwei. Noch ein Zauberer oder Zauberin. Und dann nehmen wir die hier noch mit. Die hier. Ich weiß gar nicht was die. Unterstützt doch immer das, ne? Okay. Fertig. Fertig. Ja. Noch vier Pakete sind da. Part 1 war durch. Part 2, da sind wir grad. Ich glaube das ist der letzte. Level 50. Boah. Der macht dann alles alleine wahrscheinlich. Ist aber ein Unterstützer. Das war nicht Level 50. Der ist Level 7. Ah. Das war nicht, das war nicht. Das war nicht. Ich bin die Das war's für heute. Ich müsste hier vorne eigentlich alles reinsetzen. Kann man die wieder wegpacken? Ich habe es vergessen. Ach da. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Das war's für mich. Ich bin dein Wunsch. Nein. Warten, warten, warten... Ich glaube, ich bin ein wenig zu entfernen. Ich glaube, ich bin ein wenig zu entfernen. Ich bin ein wenig zu entfernen. ich kann ihn nicht aufhalten doch ist glaube ich nur ein Stern so 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 was ist hier ach das ist zum aufleveln die brauche ich so 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 okay so 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 oh da kommen auch noch fliegeviecher so 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 Ich hab keinen Geld mehr. Ich werde die Aufnahmen einig sind. Ich werde es nicht mehr machen können. Ich werde es nicht mehr machen können. Und... Daun! Verloren! Schon das zweite Mal heute verloren. Na gut. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich hab genug gespielt. Noch schnell die ganze Mission abholen. Da noch was? Was ist denn da jetzt noch neu? Ah, die ist neu. 15. Was ist denn? Können wir ja da ein, hier. Genau, der... Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Ja dann... Ja. Ach, hier noch einmal kurz gucken. Nach den neuen bauen. Ah ne, das war ein Workshop. Darunter war das. Ich wollte hierzu die herstellen. Da brauche ich andere für. Ach, das gibt's doch nicht. Wo krieg ich denn die her? Für egal. Ah, hier produziere ich gerade diese. Oh, ein zweit. Hier... Absolut. Ach, ja. Oh johu. Resource erが Komisch, komisch. Da wird auch viel Gold produziert, hier produziere ich die Karten, hier mache ich Strom, hier holen sich alle aus, hier kann ich dann Sachen produzieren, Sachen produzieren, die ich dann brauche, aber wo kriege ich diese her? Hm. Ah, da muss ich hier weiterspielen, na gut, woher nicht jetzt? Nee, 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 nee. Schon jetzt war Dailies fertig. Es sind noch vier Dailies, die ich machen muss. Hm. Ich muss was kaufen. Wo ist der Kredit-Store? Ich bin jetzt Level 3, warum bin ich so schlecht? Ich kann mir auch suchen, wer ich bin. Jetzt nehme ich den anderen. Ich bin jetzt noch. Okay. Okay, now. Ja, genau das sage ich auch. So, wo ist jetzt der Kredit-Store? Ist der da? Irgendwo? Videos? Nee. Hier? Nee. Das ist Kalender. Hm, 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 hm. Ach, da steht doch Store dran, ne? Hm. Ich muss ein Item kaufen aus dem Store. Aber nicht für Gold, äh, für Geld. Free? Ab Level 5. Hm. Okay. Möbel Ach, gibst du dir klein, so ein Mist, das schönes, gibt es hier den großen auch, den ich brauche, aber ne, gibt es nicht Hab was gekauft, ein bisschen Jetzt brauche ich noch drei Stück, dann bin ich fertig 400 leute, dürfen ok 8 Geht das auch wenn ich, wenn ich, wenn ich ne alte Runde nehme Oh schade, ich dachte wir, Auto ran Die brauchen wir nicht Die brauchen wir nicht Ja Die brauchen wir jetzt Ich bin Ich bin Pepe! Ist da wie abschbierend? Ist da wie abschbierend? Ach, ich würde... Hop! Denen Mann... Fuss... Fuss... Nir, die lassen sich nur in Ordnung. Die Farbe ist dein Gesicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin ja schon durch. Okay, jetzt habe ich das nächste Mission fertig. Jetzt verstehe ich, aha, aha, also, wo das da steht, muss man nochmal spielen, ja? Darauf, und dann musste ich nämlich den hier spielen. Platin. Okay. Mensch, ich wollte doch schon längst aufhören. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, der letzte, ja. Kann man die nicht umdrehen? Schade. Weil das dauert jetzt so lange. Außer, ich werde den nach Hause schicken und den rein schicken. Ja, ich werde den Schicken. super 99 kredits und warum kann man die nicht hat ja lang genug gedauert jaja das ist wirklich so ich locke mich hier aus und sag mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du beim nächsten mal wieder dabei seid bin ich in da gelandet bis dahin wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen